hallo und recht herzlich willkommen wieder zurück hier bei world of tanks mein name stefan und ja heute ist der letzte tag oder das bild es bricht gleich an letzte premium tag der dritte tag an dem ich jetzt world of tanks spiele und ja ein bisschen was habe ich schon gemacht und dann bevor wir da noch lange reden steigen gleich ein immer den kampfpanzer und uns ein gefecht ja wer die video schon gesehen hat ja ich bin relativ neu bei world of tanks relativ heißt ja mein dritter tag und ich werde hier ein bisschen versuchen mich als panzerkommandeur hier schaffen so jetzt immer wieder minen bin habe ich getrunken und wie sieht es aus alles dreier auch alles und dann mal hier platzieren und los geht's immerhin daher mal hier auf dem hügel wieder was sichern können hier kommt auch noch nichts die haben sie nicht mal angekratzt die sind die sind die sind durch der ging nicht durch Und deshalb kommt er auf jeden Fall mal nicht durch. Da ging voll durch ihre Panzerung. Und dann kommt er auf jeden Fall. 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 Der Motor hat Aussetzer. Das muss wehtun. Kette wieder funktionstüchtig. Und dann kommt er auf jeden Fall ein. ja dann hilft ja natürlich Eieieiei und ich kann mich nicht Ah Mist Ich hab die Kette kaputt gemacht Komm schon, mach schon fertig Fertig gemacht Okay Sprich zur Garage Weiß nicht ganz so verkehrt Aber das könnte ich mir besser sagen Es war schon Ich meine Valentine Bisschen größer als meiner Und wir haben halt den Stuart Und Und Waren das nächste Gefecht Okay, so weiter geht's Mannheim Linie Okay Okay, jetzt müssen wir schauen Was sind wir da? Juriats Ich bin der einzige Stuart hier Und Los geht's Oh Da ist noch einer. Okay. Oh, da kommt er auch. Oh, da kommt er. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Der ging nicht durch! Der ist abgeprallt! Der ging voll durch ihre Panzerung! Wirkungsgeber! Der hat sie nicht mal angekratzt! Der ist raus für uns! Raus hier! Warte! Hau! 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 Ich soll dir damit das Baret Glück bringen Bisher leider nein okay rum ist alle ich sehe da mal was ich insgesamt gefechten ok das längst bewertung 31 gefechte 3 2 3 4 5 5 6 6 7 10